Der Deutsche Fußballbund, der FB, setzt auf dem Weg zurück in die Weltspitze bei vier Problemfeldern an. Es bedarf einer Richtungsänderung, nicht wie im Jahr 2000, aber wir müssen Dinge anders machen, sagte Nationalmannschaftsdirektor Oliver Bierhoff am Mittwoch in Frankfurt-Main. Der Deutsche Fußball braucht eine Ausbildungsreform. Konkret habe der DFB großen Verbesserungsbedarf im Kinderfußball, bei der Förderstruktur und Trainerausbildung sowie bei den Wettbewerbsformen ausgemacht, sagte der sportliche Leiter der Nationalmannschaften, Jotika Tzelexi, wir bilden nicht altersgerecht aus. Kinder sind die Basis für spätere Erfolge, ihnen müssen wir wieder Spaß am Fußball vermitteln. Anzeige meistgelesener Artikel 1 Fußball-Champions Lea Gü trenntes Real-Absturz in Rekordzeit 2 Fußball-Bundesliga-Vorteil Liverpool? Das sagt Kovac 3 Fußball-Transfermarkt-Transfertiger, Günthern lässt Zukunft offen 4 Fußball-Champions Lea Gü-Bürkje kämpft gegen sein Trauma 5 in. Fußballer Liga-Abelo hofft auf Messi-Rücktritt zwar sei der Abstand zur Weltspitze nicht so groß, wie das Debake bei der WM 2018 in Russland vermuten lasse, sagte Bierhoff, es ist klar unser Anspruch, diese Lücke zu schließen. Die Entwicklung in den kommenden Jahren, eine Mammutaufgabe, gehe aber nicht von heute auf morgen. Im Jugendfußball bereite das Fehlen von Individualität, Unterschiedlichkeit, Bolzplatz-Mentalität sorgen. Talente haben wir viele Talente haben wir viele in Deutschland, sagte Bierhoff, der seit etwas über einem Jahr die DFB-Direktion für Nationalmannschaften und die Akademie leitet, aber aus diesen Talenten Ausnahmespieler zu machen, die in der Weltspitze bestehen können, ist die große Herausforderung. Der DFB, der wahrscheinlich Anfang 2021 seine neue Akademie beziehen wird, sehe sich dabei als Dienstleister für die Vereine, der nicht von oben herab die Order gebe, was verändert werden müssen. Insgesamt gebe sich der Verband für die Richtungsänderung 5, 6 Jahre, sagte Bierhoff. Die EM 2024 in Deutschland sei schon ein Leuchtturm, den wir im Blick haben. Aber was unsere Mannschaften angeht, wollen wir morgen gewinnen. Die EM 2024 in Deutschland sei schon ein Leuchtturm, den wir im Blick haben. Die EM 2024 in Deutschland sei schon ein Leuchtturm, den wir im Blick haben. Vielen Dank. Vielen Dank.